Hase erklärt Dorffunk und Dorfnews – das digitale Dorf in der Hosentasche In den Großstädten erleichtert die Digitalisierung schon länger das Leben der Bürger. Dank des Projekts Digitale Dörfer des Fraunhofer Instituts geht es auch in den ländlichen Regionen hierbei Schritt für Schritt weiter. Bei Dorffunk und Dorfnews handelt es sich um eine App bzw. Plattform, wodurch jeder schnellen Zugriff auf alle digitalen Dienste in der Region hat. Der Dorffunk bildet hierbei den zentralen Zugang zum digitalen Dorf. Hierin kann man auf regionale Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden, aktuelle Meldungen einsehen, Mitfallgelegenheiten finden, seine speziellen Fähigkeiten anbieten oder einfach nur miteinander plauschen. Nicht nur die Kommunikation zwischen den Bürgern wird revolutioniert, sondern auch zwischen den Bürgern und den Gemeinden. Über die Dorfnews wird die Bevölkerung über wichtige Neuigkeiten informiert. Und auch umgekehrt kann jeder nun ohne umständliche Verwaltungsprozesse das Leben im Dorf mitgestalten, in dem Vorschläge gemacht werden oder Mängel aufgezeigt, die smart an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Lade dir den Dorffunk im passenden App-Store herunter und erhalte auch du dein digitales Dorf für deine Hosentasche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017